Die Füllstandmessung an Ihrem Tank ist Ihnen zu umständlich. Und am liebsten möchten Sie sich gar keine Sorgen mehr um das Thema Heizöl oder Diesel machen? Kein Problem, denn dafür gibt es den Airfox. Der intelligente Füllstandmesser misst Ihren Füllstand automatisch und zeigt Ihnen alle relevanten Informationen direkt auf Ihrem Smartphone an. Über unsere App haben Sie jederzeit Zugriff auf den Tankfüllstand sowie den vergangenen Verbrauch und Ihre prognostizierte Restreichweite. Sollte Ihr Tank die von Ihnen eingestellten Grenzwerte erreichen, erhalten Sie eine automatische Benachrichtigung direkt auf Ihr Smartphone oder per E-Mail. Mit dem praktischen Datenexport können Sie sich alle Informationen aus der App auch als E-Mail zuschicken lassen. Sie verwenden mehrere Airfox? Kein Problem. In der App haben Sie den vollen Überblick über die Daten aller Tanks. Dank der direkten Anbindung an Ihren Airfox-Partner erhalten Sie immer aktuelle Angebote, können mit nur einem Klick neues Heizöl oder Diesel bestellen und sehen den vergangenen Preisverlauf. Alles in einer App. Sie möchten den Airfox auch bei Ihnen zu Hause nutzen und wissen nicht, was Sie dafür brauchen? Wir erklären es Ihnen. In nur wenigen Sekunden. Um den Airfox auch an Ihrem Tank einsetzen zu können, benötigen Sie ein internetfähiges Smartphone. Wichtig ist, dass auf dem Smartphone die neueste Software installiert und Bluetooth eingeschaltet ist. Der Airfox benötigt eine freie Öffnung am Tank einer Größe von 1,25, 1,5 oder 2 Zoll. Sollte Ihre Tanköffnung andere Maße haben, können Sie mittels handelsüblichem Adapter nachhelfen. Fragen Sie im Zweifelsfall den Heizungsbauer Ihres Vertrauens. Für die bestmögliche Messung sollte sich die Öffnung möglichst mittig am Tank befinden, mindestens aber 8 cm vom Rand entfernt. Der Airfox muss immer senkrecht auf dem Tank montiert werden. Zudem benötigt er freie Sicht auf die Flüssigkeitsoberfläche, da Querverstrebungen und Verrohrungen im Tank das Messergebnis verfälschen können. Der Airfox kann hierbei auf allen gängigen Tanktypen sowie Batterietanks mit einer Maximalhöhe von 3 m verwendet werden. Sollte Ihre Tanköffnung durch ein Rohr nach oben verlängert sein, darf dies die Länge von 12 cm nicht überschreiten. Dank des wasserfesten Gehäuses kann der Airfox sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Damit der Airfox reibungslos funktioniert, benötigt er ausreichend Netzabdeckung am Tank. Die Netzabdeckung wird bei der Einrichtung automatisch in der App überprüft. Mehr Infos zu dem Thema finden Sie in den FAQs zum Airfox. Sie haben alle Voraussetzungen erfüllt und möchten Ihren Airfox in Betrieb nehmen? So einfach geht es. Installieren Sie im ersten Schritt die App auf Ihrem Smartphone. Diese finden Sie im App Store oder im Google Play Store, wenn Sie dort nach Oilfox suchen. Öffnen Sie die App auf Ihrem Smartphone und drücken Sie auf Registrieren und Oilfox einrichten. Los geht's! Die Anleitung auf Ihrem Bildschirm führt Sie nun durch die weiteren Schritte der Einrichtung. Den Airfox Partner in Ihrer Nähe finden Sie auf unserer Website www.rfox.de Anleitung 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 Anleitung